also jetzt willkommen ein let's play bei meinen freunden black ops 2 auf green run dann spaß auf green run ja mal eine überlebenskampfrunde gut los du kannst gar nichts zu deinem video so ich mach dass es nicht so wackelt so ist die grafik besser nein die sogar im handy besser im handy ist sogar besser alle die spiel besser immer hier nah ok ja mein freund hat keine hdmi kabel typisch typisch schwarz zombie 550 ich weiß warum ist deine grafik geiler wie meine weil mein handy geil ist mein megapixel geil ist ich hab acht meter nicht vor den zuschauern warum filmen wir das weil sie auf youtube stellen ok schau dir keine ahnung doch ich hatte schon mal 100 stück was angesehen haben bei black ops 1 im netz mit nur drei sekunden schnell schießt bis ins sich das hat 200 gleich 200 vorgibt das an der gibt nur an ich schwör es ist auch schon vorher voll einfach als auf 5000 aber kann der ja nicht kiste sind gar nicht einmal ja doch da gibt es nur mp5 ich muss nicht mal was sagen weil ich so laut bin alle zombie kiste und was bekommt er was bekommt er wir gucken nicht hin und 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 vor Ort abgierter die er kapiert 4 der Sommerkiste der Kaiser von gut im Kreisland in die Tierarzt aus dem Grund da zu tun die Störger die Gäste vermisst die Orpacke er die Verfolger die es auch bei Newtown sollst du ich hab mal gekocht sind jetzt was du da machen soll ich fisse warte du musst die erste war für die erste die erste füße die erste füße muss die sollte man punchen bei nuketown aber wenn man wenn du das hast eigentlich darf ich nicht